So, dann sind wir wieder bei Let's Play Start Project. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich hier fang bin. Aber wo ich hin wollte. Halt die Gussform. Bannel. Bannel. Hm. Zack. Da-da. Woher ist denn hier hin? Und von hinten dann wieder... hier rein. Sankt Wallye. Das war klar. Irgendwie muss ich da auch noch hochkommen, oder? Zack. Was haben wir denn hier? Gebet der einen Sicken. O großer Bauer, wir bitten dich, Sicken unserem Bruder, der in deinem Dienst sein Leben gab. Vergib ihm die Überschreitungen seiner sterblichen Tage und schaue mit Wohlwollen auf sein Werk in deinem Namen. Lot und Hobel, Feuer und Schmiede, reinigen seinen Geist und ziehe alles aus ihm. Dass deinem Plan zuwiderläuft. Nimm ihn in deinem Haus, in deinen Dienst, auf dass er dort in ewigem Frieden ruhrt. Oh je. Was haben wir denn hier eigentlich? Kind, du bist manchmal ein naiver Novize. Dein Werk, das Riesenwohl, ist makellos. Doch bist du ein neu initiierter. Du vermagst nicht den Erbauer davon zu überzeugen, dein Metallsymbol in ein heiliges Artefakt zu verwandeln. Du solltest einen der Priester darum bitten, dein heiliges Symbol für dich zu segnen. Sonst bleibt es nutzlos. Wenn dir das peinlich ist, suche Bruder Ronald in der Sternwarte oben im Turm von St. Kieler auf. Er weiß einen anderen Weg, das heiliges Symbol mit dem Segen des Erbaures zu bedenken. Da. Wollen wir weg. Na 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 na. Zack. Da 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 da. nicht hier war ich hier schon nein hier war es mit dem Busform oder ja danach darf ich in St. Jenel nach Oren so rum ach fick dich aber was für ein Ding nehmen wir denn ein ja nehmen wir erstmal alle Dinge mit ich weiß aber nicht welches am besten nehmen wir einfach mal das ok zack ja 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 Heilige Symbol Na na na, raus hier Durch welches Tor bin ich schon grad hier hingekommen Ist das? Da ist nur zu viele Tore hier Na, hier ist der Friedhof Das war's ganz sicher nicht Na 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 Oh Mann, ich hasse doch diese verdammten... Ich weiß nicht mal woran es liegen könnte So... Das Heilige Symbol Na ja erstmal aufmachen Kann man nicht später irgendwie schneller zu dem... Nichts... Äh... Springen? Äh, ne hier bin ich falsch Hier hinten muss ich noch nach... Oder? Äh... Ich hab keine Ahnung Ich bin jetzt grad noch nicht ein bisschen... Hier fragt Hm... Hä, wo war denn der Typ? Äh, na 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 Hä? Äh... Ha... Hä? War der nicht gerade eben noch hier? Der war doch gerade eben noch hier, der... Na ja, ist... Fuck, ey. Tricks besser. Was ist in Sankt Jenel? Nächstes Gebäude. Das ist hier... Sankt Bali. Hinter dem Klostertor, da muss ich hin. Aber wie? Na, hier ist gar nichts? Hier bin ich in Sankt Jenel. Ähm... Oh... Oh... Um... Oh... Ach, Mann. Ja, klar. Durch ihn durchschlagen. Klar. So. Geh auf. Oh, Pfeiler! Pfeiler... Gifels, die der große Erbauer mit Wohl freuen auf unsere Kreuzung wieder, die wilden Mächte herab, die wir mit dem in seinem Namen geschaffenen Werkzeug ausführen. Hier in dem Turm habe ich mit Hilfe der optischen Instrumente viel über die Bewegung jener Lichter erfahren, die der Erbauer über uns abgeräumt hat. Ah, verdammt, ich muss das lesen jetzt. Mondsee. Geweites heiliges Symbol. Hm? Ich werde mal durchgucken. Oh, damit kann man einfach nur rumspielen. Hm... Hm... So... Ja... Okay, da komme ich nicht drauf, aber ich habe jetzt dieses komische Ding geweiht. Wo finde ich jetzt diesen Geist wieder? Ähm... Was? Nein, ist klar, ihr mich auch. Ich klicke ganz normal diese Dinger runter und dann ist schon Quatsch. Ich glaube es auch, ey. Ich glaube es auch, ey. Ich glaube es auch, ey. Das ist doch verarsche. Das ist doch verarsche. Ne. Das ist doch verarsche. Nein! Sinn! Das war dumm von mir. Das ist doch normal. Ich brauche nur die richtige Form. Aber vorhin, Schlüssel können wir auch herstellen. Ich weiß nicht, wofür ich den brauchen kann, aber... Aber den nehmen wir auch. Was? Welche Schlüssel habe ich jetzt? Ach, einen Friedhoffschlüssel habe ich auch, aber ich weiß nicht. Ich bin groß,소�яч清il... Wenn sie da hinten này tutte leaşerys schon was, dann war ich gesteNám es einem von meinem Geschicht. Nein wir können von ihm noch haben. vraiment was zu tun machen? estruct 아주 sehr schön. Потому dass wir es schon ganz ziemlich einegedreckszwelle, die wirale entreten äußisch abgelenkt facile machen können. Und dem ist jetzt nicht einfach,ロ Bronücksfall. Ak具 w seed reflex und ja wie wir sieh know über das Gleich yarn Rolle woher sie vorstellen... Ich habe schon einmal eine Bdosache mới aus der academy. Hmmmm Sooo Mir schweigt das noch, wein Hmmmm Aber ganz schnell BAM Ah, das ruht mich um, na gut Ähm Gut Äh, ich mach hier nen Cut und mach mal beim nächsten Mal Ah ey, das ist heute eh Ähm, das hat's kurz geleckt, also bis zum nächsten Mal Ich bin ihm, kick ihn up short